Moin Moin. Ich werde jetzt mal Elias Herausforderung probieren. Bringt auf jeden Fall ordentlich Knack ein. Das kann ich immer gebrauchen und mal gucken, was da auf mich zukommt. Den Erzählstrang weiter zu spinnen, wäre doch mal ganz interessant, wer der ist. Irgendwie sieht er ja fast aus wie... Keine Ahnung, er ändert mich aber auf jeden Fall an jemanden. Mal gucken. In den Mission Fakten habe ich nur gelesen, er möchte einen Rückkampf haben. Also das heißt, hört sich so an, als wenn der Kampf genauso abgeht wie damals auf deinem kleinen Schiffchen. Ach, kann ich Ihnen jetzt gar nicht anfassen. Das ist unnötig. Oder da halt. Was ist die Bühne? come on Was ist das, was ist das? Strange. Hopefully now we'll be a bit more obedient. Okay. So weg. Hm. Naja, ist Wurst. Wurst und Käse. Ja, das war's. Jetzt geht's an die Mission Nummer 27, die Ursache. Aber lesen könnt ihr selber. Infokassette wird jetzt abgespielt und dann werden wir mal gucken worum's geht. Dann macht das der Boss. Okidoki. Die Ausstattung ist gut so. So, die lasse ich. Ja. Mein Begleiter wechsle ich aus. Da kommt jetzt die Dock mit. Hat er schon? Ja, der hat jetzt eine Schleichen-Ausrüstung. Schleich nur betäuben. Mission wird gestartet. Scheiße, ich bin ja voller Blut noch. Ah, ist egal. Gleich nehmen die Feinde da noch Abstand. Weil ich stinke. Blutpupse. Und Blutpupse. Und Blutpupse. Riech Appetit auf Wood Beer. Riech Appetit auf Wood Beer. Riech Appetit auf Wood Beer. Er ist auf der Gäste auf der Bühne. Auf der Bühne. Wir brauchen Sie ihn aus. Jetzt ist er auf die Wurte der Pandemie. Er ist auf die Wurte der Wurte der Sprech. Er ist auf die Wurte der Sprech. Er ist auf die Wurte der Sprech. Be careful down there, boss. Okay, go check the vehicle. Take the eye on your eye droid, that's where the target is being held. Boah, die sind alle echt gut. Und Rohstoffe habe ich hier. Oh. 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 Subject on board. Er kommt, auch. Roger that You gotta extract him Subject on board, leave the rest to us He's coming too, Roger that Speak, where are your friends? Boss got an emergency report from the intel team A vehicle has fled the guard post heading northwest The prisoner at the wheel appears to be the target We escape on his own The target is no longer at the designated position Find that vehicle fast Boss, did you see that explosion? There's smoke, the target's crashed his vehicle That'll bring the enemy down on him in no time The target's in danger Get to the scene of the crash We'll hit the target ko Get hit this fight Get hit this fight Get hit this fight Will beница This is who knows the attack I get hit Timothy I get hit this fight I get hit this fight I don't know That's enough I don't know Let's stop You got to take Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist Bequat. Wir sind kurz an LZ. Das ist Bequat, auf Station an LZ. Cover fire, in hot. Rocket Salvo, Rocket Salvo. Bequat ist in hot. Das ist Bequat, abhörtert und nach LZ. Ich bin auf die Tür. Schade, jetzt habe ich die ganzen Materialkisten da überhaupt nicht mitbekommen, aber die kann ich mir auch so noch mal rausholen und die Doc hat mich wieder richtig lieb, das ist schön so 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 Und der alten Mann, der weiß, wie ihn behandelt. Der Code Talker. Er hat sogar uns erzählt, wo er ist. Boss, lass uns sicher, dass sein Todes war das letzte. Es ist Zeit, dass wir diesen Code Talker treffen. Beihilfe des Pläts Geräusch Beihilfe des Pläts. Beihilfe des Pläts. Du hast mich in die Birkeit verraten. Wann des Pläts? Wann es nicht? Die Operatisa, die es für einenawayschen Ort sozusagen. Fertig, was es für einen? Boss, du musst Kontakt mit Code Talker machen, der alte Mann, der weiß, was die Pathogen ist. Wir müssen diese Krankheit verbreiten, die über die Mutter Base spüren. Selekt die Mission auf deinem Rhein, Droid. Ja, das geht jetzt ratzfatz. Mal gucken, bei den neuen Leuten, wenn die... irgendwie Kigongo sprechen können, dann kommen die alle auf die Quarantäne. Da gucke ich gleich mal durch. Wir sehen uns dann in der nächsten Mission wieder.